Sellerhausen ist ein Stadtteil von Leipzig. Er liegt etwa drei Kilometer östlich des Stadtzentrums. Geschichte Die Siedlungsgeschichte von Sellerhausen reicht bis in das 9. Jahrhundert zurück, als es im Zuge der Altsorbischen Landnahme in den fruchtbaren Auen des Baches Ritschke angelegt wurde. Nach 1136 kam es zur Ansiedlung deutscher Bauern, die das einstige Rundlingsdorf in ein Doppelsackgassendorf umgestalteten. Die erste urkundliche Erwähnung als Sellerhausen R.M.H.D. Bewohner, Hinters Ese, stammt aus dem Jahr 1335. Die Entwicklung des Siedlungsnamens verlief in der Folge über Sellerhase, Seldershase, Sellerhasen, Sellerhusen und Sellenhausen, bis sich schließlich um 1700 die heutige Bezeichnung einbürgerte. 1525 wurde Sellerhausen, das zum damaligen Zeitpunkt 50 Höfe zählte, zusammen mit Reutnitz und Totschendorf sowie Stünz, Anger und Grottendorf an den Rat der Stadt Leipzig verkauft. Während des Dreißigjährigen Kriegs wurde das Dorf am 18. Juli 1636 niedergebrannt. Auch während der Völkerschlacht im Oktober 1813 hatte die Bevölkerung zu leiden. Sellerhausen gehörte zu den am umkämpftesten Punkten des nördlichen Schlachtfelds. Es wurde zunächst von französischen Truppen unter Marschallnay besetzt und anschließend vom Corbulo erstürmt. An die Ereignisse des Jahres 1813 erinnern heute der Apelstein Nummer 41, der im Volksgarten an der Torgauer Straße errichtet wurde. So wie der erst 1994 errichtete Apelstein Nummer 48 auf dem Friedhof von Sellerhausen. Die durch die Schlacht angerichteten Schäden wurden rasch wieder beseitigt, sodass der Ort bereits 1814 wieder 180 Einwohner zählte. Die in 18 Häusern lebten wurde auf dem heutigen Kirchplatz ein Friedhof eingeweiht, der bis 1886 genutzt wurde. In Folge der Einführung der Sächsischen Landgemeindeordnung wurde 1839 auch in Sellerhausen ein Gemeindeamt geschaffen. Der Ort lag bis 1856 im Kur-Sächsischen bzw. Königlich-Sächsischen Kreisamt Leipzig. Ab 1856 gehörte der Ort zum Gerichtssamt Leipzig und ab 1875 zur Amtshauptmannschaft Leipzig. 1865 errichtete der Gasbeleuchtungsaktienverein Reutnitz-Sellerhausen an der Wurzner Straße eine kleine Gasanstalt, die 1872 von der Thüringischen Gasgesellschaft erworben und in der Folge ausgebaut wurde. Ab 1875 kam es zur Ansiedlung verschiedener Industriebetriebe auf Sellerhäuser, Flur, Chemische Fabrik Dr. G., Langwein und M. Co. 1881 Mechanische Werkstatt G. Köllmann GmbH 1885 wurde ein neuer Friedhof an der Riesa Straße angelegt, der noch heute genutzt wird. Am 1. Januar 1890 wurde die 7200 Einwohner zählende Gemeinde nach Leipzig eingemeindet. In den Folgejahren setzte an der Wurzner Straße und deren Querstraßen die Bebauung mit viergeschossigen Wohnhäusern in geschlossener Bauweise ein. Dies hatte eine zunehmende Verstädterung und zugleich die Zurückdrängung der Landwirtschaft zur Folge. 1892 wurde Sellerhausen aus der Kirchgemeinde Schönefeld ausgepfarrt und war fortan eine eigenständige Kirchgemeinde. Von 1898 bis 1900 wurde die Emmauskirche nach Plänen des Leipziger Architekten Paul Lange errichtet. In der darauf folgenden Zeit war die Entwicklung Sellerhausens nicht nur administrativ mit der Entwicklung der Stadt Leipzig verbunden. Die landwirtschaftliche Prägung des alten Dorfkerns ging immer weiter zurück, war aber noch bis in die Jahre nach 1990 deutlich erkennbar. In der Gegend um die südlich der Wurzner Straße gelegene Dorfstraße, die heute zum Kleingartenpark heißt, war dies besonders stark erkennbar. Viel mehr prägte aber die Industrie in Sellerhausen aber auch den Nachbarstadtteilen Schönefeld und Paunsdorf zunehmend den Charakter dieses Stadtteils. Allerdings unterschied sich Sellerhausen durch seine Lage am Rande Leipzigs und die Anlage von Schrebergärten in den fruchtbaren Auen der Rietschke. Von reinen innerstädtischen Wohngebieten In den Jahren nach der Wende änderte sich das Bild der Stadtteils sehr stark. Die Bevölkerungszahl und die Bedeutung des weder zum Umland noch zum Zentrum der stadtgehörigen Stadtteils sank sehr stark. Der alte Kern an der Dorfstraße verlor durch Neubauten das bis dahin gut erkennbare Ortsbild eines Dorfes. Zusätzlich wurde diese Straße in zum Kleingartenpark umbenannt. Ähnlich der Entwicklung zwischen Zentrum und Umland liegender Stadtteile vieler anderer deutscher und europäischer Großstädte wird die weitere Entwicklung von Sellerhausen in einem derzeit noch nicht erkennbaren Umfeld von Chancen und Risiken verlaufen. Verkehr Der Haltepunkt Leipzig-Sellerhausen liegt an der Bahnstrecke Leipzig-Dresden. Er wurde 1974 mit der Einführung des S-Bahn-Betriebes zwischen Leipzig und Wurzen in Betrieb genommen. Die 1878 eröffnete zweite Verbindungsbahn Leipzig-HBF-Konnewitz führt über ein Viadukt von Nord nach Süd durch Sellerhausen. Erst ein Jahr nach der Einführung der S-Bahn in Leipzig 1969 erhielt Sellerhausen einen Haltepunkt. Letzt genannte Bahnstrecke und somit auch der Haltepunkt an dieser Strecke wurden im November 2012 stillgelegt und im Jahr 2014 abgebaut. Der Haltepunkt an der Strecke Leipzig-Wurzen-Dresden wird hingegen weiterhin bedient. Jedoch nur noch im Stundentakt von den Regionalzügen in Richtung Grimma. Obwohl die Züge der Linie S1 der S-Bahn Mitteldeutschland Sellerhausen über die Strecke Engelsdorf-Störteritz passieren, wurde hier kein Haltepunkt eingerichtet. Sellerhausen ist durch die Straßenbahnlinien 7 und 8 sowohl mit dem Zentrum im Westen als auch mit Sommerfeld und Paunsdorf im Osten verbunden. Fußnoten Sellerhausen im digitalen historischen Ortsverzeichnis von Sachsen Karl-Heinz Blaschke, Uwe Ulrich Eschke, Kur-Sächsischer Ämteratlas Leipzig 2009 ISBN 9783937386140S60F